Hallo und herzlich willkommen liebe Gaming-Freunde, hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Astro Bot. Heute holen wir uns alle Sammelobjekte im Aztec-Pfad und hier gibt es wieder sieben Bots, wie bereits im letzten Level. Es gibt dazu drei Puzzleteile und diesmal neu obendrauf entdecken wir auch noch einen Geheim-Level. Genau, denn die gibt es natürlich auch in Astro Bot und es ist weiterhin ein super, super, tolles Spiel. Hier lohnt sich wirklich in meinen Augen vom Kommentar her, allerdings lohnt es sich nicht, denn hier ist es auch momentan noch so, dass alle Sachen eigentlich relativ einfach nachzumachen sind. Das bedeutet, ihr folgt nur meinem Gameplay und es gibt keine Cuts, ich brauche euch also nicht irgendwo wieder sagen, hier rechts abbiegen, da links abbiegen. Achtet da hinten auf die Palme, von der wir hier gerade den Bot heruntergeschüttelt haben oder ähnliches brauchen wir nicht. Eigentlich ist alles im Videomaterial drin, deswegen werde ich das hier auch gar nicht weiter kommentieren, sondern lasse euch mit dem Rest des Gameplays allein. Dann könnt ihr das Ganze immer parallel laufen lassen zu eurem eigenen Gameplay, dann halt auf Pause hauen, wenn ihr genau nicht weiter wisst oder ein bisschen rechts und links gucken wollt. Und so funktioniert das Ganze hier, denke ich mal einwandfrei, so dass ihr hier die 100% mit nach Hause nehmen könnt, wie gesagt, alle Bots, alle Puzzleteile plus Geheimlevel. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Rest des Videos und sage bis zum nächsten Mal, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Rest des Videos und sage bis zum nächsten Mal, so viel Spaß mit dem Rest des Videos und sage bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Rest des Videos und sage bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Rest des Videos und sage bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Rest des Videos und sage bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Rest des Videos und sage bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Rest des Videos und sage bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Rest des Videos und sage bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Rest des Videos und sage bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Rest des Videos und sage bis zum nächsten Mal. Hier bei Chilf und sage bis zum nächsten Mal. Hey, schuld, bis zum nächsten Mal. Natürlich ziemlich軟byr aide bei dir. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.